Hallo, hier ist Florian Rackel und herzlich willkommen zu meiner Golfschwung-Training-Serie. Die Golfschwung-Training-Serie, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie euch das weiterhelfen wird, denn es ist eine riesengroße Videoserie von jetzt an bis zum Anfang der Saison und wir werden in dieser kompletten Serie den kompletten Golfschwung durchgehen, von A bis Z, um euch fit zu machen für die Saison. Der Winter ist die Zeit, wo man meistens mit dem Golfspielen ein bisschen nachlässig wird, besonders mit dem Training. Spielen kann man ja zumindest in unserer Region relativ eingeschränkt oder sehr eingeschränkt und das soll ein Programm sein, dass ihr mitmachen könnt, bis knapp Mitte März wird diese Serie gehen. Zwei Videos die Woche wird es geben, immer Montag und Freitag und ihr sollt anhand dieses, sage ich mal, Trainingsplans schon mittrainieren. Deswegen auch zwei Videos die Woche, dass ihr genügend Zeit habt, die gezeigten Übungen durchzuführen. Das Besondere an dieser Videoserie ist, ihr könnt sie auch zu Hause machen. Das heißt, wenn ihr nicht auf die Driving Range gehen könnt, was natürlich auch super ist, ihr könnt die Übungen auch zu Hause machen. Und das sollte die Möglichkeit für jeden schaffen, bis zum Saisonstart hin den Golfschwung wirklich fit zu bekommen. Für diese Videoserie braucht ihr allerdings einige Sachen. Und zwar, für das Training, das ihr auf der Driving Range oder zu Hause macht, braucht ihr ein paar von diesen Sachen her. Keine Angst, ihr braucht nicht alles davon. Aber es ist mir sehr, sehr wichtig bei dieser Serie, wenn ihr diese Übungen macht, dass ihr eben auch Feedback und Rückmeldung habt, wie ihr denn diese Übung macht. Macht ihr sie richtig oder macht ihr sie noch falsch? Schaut es schon gut aus? Ich möchte eben, dass ihr so gut wie möglich ein Feedback bekommt. Und dazu brauchen wir Alignment Sticks. Am besten zwei bis drei davon. Es können natürlich auch sonstige Stäbe sein oder ihr könnt, wenn ihr keine Alignment Sticks habt, auch als Ersatzgolfschläger dafür hernehmen. Ihr braucht ein Smashback. Ein Smashback für eine gewisse Übung oder für Übungen dann im Durchschwung, in der Treffmomentsituation. Solltet ihr kein Smashback haben, was ich annehme, dann tut es auch ein Rucksack mit Handtücher drinnen. Erfüllt den Zweck ganz, ganz genauso. Was für daheim super wäre, wenn ihr die meisten Übungen zu Hause macht, eigene Softgolfbälle oder Tischtennisbälle machen den perfekten Job. Das reicht. Was ihr unbedingt braucht, um die angesprochene Rückmeldung, das Feedback zu bekommen, ist ein Selfie-Stick oder ein Stativ für ein iPad oder für ein Handy oder ein Spiegel. Besser ist es aber allerdings, wenn ihr ein Selfie-Stick mit einem Stativ oder für ein iPad-Handy hernehmt, um eure Schwünge aufzunehmen. Damit ihr seht, wie gut ihr es schon macht oder wie weit es noch fehlt. Damit ihr einfach selber euren Schwung auch aufnehmen könnt, um das zu kontrollieren. Und es ist ja auch sehr interessant, dann die Fortschritte zu sehen. Diese Sachen benötigt ihr, um bei dieser Serie mitzumachen. Die Serie wird starten am Montag, den 14. Jänner. Von hier weg, jeden Montag und jeden Freitag gibt es ein Video. Das wird bis circa Mitte März gehen. Ihr könnt diese Videoserie mitmachen, damit ihr dann zu Saisonstart euren Golfschwung im Griff habt und dass ihr sofort loslegen könnt und spielen gehen könnt. Das ist der Sinn der Sache. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Es ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und auf die Ergebnisse, die was von euch herauskommen. Gut, genug jetzt zur Einleitung. Wir gehen jetzt dann mit dem nächsten Video gleich richtig los. Es sind noch einige Tage Zeit bis dahin, um eventuelle Utensilien noch zu beschaffen, dass ihr die Zeit dafür habt, diese zu besorgen, damit ihr dann richtig loslegen könnt und wir den Golfschwung-Trainingsplan voll durchziehen können. Bis dahin, schaut, dass ihr alles besorgt, was ihr braucht und dann geht's los. Tschüss, bis zum nächsten Video.